Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer und Abonnenten, ja ich bin's, euer Michael von Amplifolks und heute beschäftigen wir uns mit der WiFi Pineapple Mark 5, Thema Client Mode, Internet Connection Sharing und USB Tethering und ja, wir legen einfach sofort los und öffnen unseren Browser anschließend gehen wir in die Adresse ein, 172.16.42.1, Doppelpunkt 1471 anschließend drücken wir Enter und loggen uns ein. So, da wären wir bei unserer WiFi Pineapple und zwar bei Management. Ja, anschließend klicken wir auf Network, dann auf Client Mode und auf Scan. Jetzt warten wir ein bisschen und da hätten wir doch schon mal was. Einmal Amplifolks Mobil, dieses Netzwerk möchte ich auch gerne nutzen, das ist nämlich mein Handy. Mit, naja, WLAN Hotspot. Und ja, hier haben wir halt noch ein paar nützliche Informationen, wie auf welchen Kanal läuft es, wie ist die Signalstärke, wie ist die Qualität des Signals, welche Sicherheit wird verwendet, also welche Verschlüsselung und ja, hier kann man halt noch seinen WPA oder WIP oder WPA2-Schlüssel eingeben und anschließend verbinden. So, hier haben wir natürlich noch ein paar andere Netzwerke, aber MPVX Mobil ist genau das Richtige, was ich verwenden wäre. So, ich gebe dir mal den K ein und anschließend Connect to this Network. Ein bisschen warten. So, wir sind verbunden mit dem Netzwerk, jetzt warten wir noch ein Weilchen. und da hätten wir, das sind unsere Verbindungsinformationen mit der MAC-Adresse des Access Points und die TX Power Bitrate und ja, halt auch wie die Qualität des Links ist, 70 von 70, das ist sehr gut, beziehungsweise hervorragend sogar. Also, da sind nochmal nebensächliche und ja, natürlich auch noch hier die ESS-ID. Das sind halt nochmal Nebeninformationen, die man eventuell noch gebrauchen könnte für bestimmte Sachen. Aber okay, wir sind jetzt verbunden und jetzt seht ihr mal eben die Wi-Fi Pineapple. Da seht ihr jetzt die rote LED-Leuchten. Standardmäßig, Leute, die rote LED ja nicht. Da seht ihr ja meistens die blaue LED, die gelbe LED und die grüne LED. Trüben für Power, gelb für Ethernet, blau für die Aetheros-Karte, beziehungsweise hier wird ja ein anderes Netzwerk noch generiert. Das ist ja Pineapple 5-2EEE. Und ja, wir könnten ebenso gut WLAN 0 abschalten, dann würde die blaue LED erlischen. Die gelbe LED würde auch erlischen, wenn wir den LAN-Port trennen von zum Beispiel eurem PC, Laptop oder was auch immer ihr habt. Oder wir ziehen einfach das Kabel, dann würde lediglich die grüne LED leuchten. Und ja, das sieht doch ein bisschen, ja, sehr dürftig aus, meiner Meinung nach. Aber okay, die rote LED ist halt für den Client-Mode als Indikator dafür, dass ihr mit einem WLAN-Netzwerk verbunden seid. Das ist kein Indikator dafür, dass ihr Internet habt, sondern lediglich, dass ihr mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden seid. Ja, würde ich einfach mal sagen, wir machen weiter. Um zu sehen, ob wir eine Internetverbindung haben, habe ich hier einmal den VMWeb Player, aber auch natürlich Windows. Und ja, ich mache das hier erstmal unter Windows, gebe Google ein, Server nicht gefunden. denn jetzt ist das gelbe Ausrufezeichen verschwunden. Ich verbinde mich noch einmal. Wenn manchmal ist meine Verbindung vom Handy auch weg, dann kann es mal zum Verbindungsverlust führen. Aber Internet haben wir, also alles super. Das Gleiche können wir nochmal unter Linux testen. Ich habe hier nämlich Carly Linux am Laufen. Dann verbinde ich mich jetzt mal mit der Wi-Fi Pineapple. Einen Moment, Geduld bitte. So, ich bin verbunden. Jetzt öffne ich Browser, Eiswiese. Und gebe hier dann auch Google ein. Damit wir sehen können, dass wir auch wirklich Internetverbindung besitzen. Und nicht nur auf einem Rechner. Ja, es funktioniert. Wir haben über LAN, aber auch über WLAN eine Internetverbindung. Also alles ist wunderbar. Das freut einen. Das Fenster minimiere ich mal eben. Und genauso wie die VMWeb Player. Und ja, jetzt trenne ich die Verbindung. Denn Climb-Mode haben wir jetzt abgehakt. Jetzt seht ihr wieder die Wi-Fi Pineapple. Die rote LED ist wieder erloschen. Und zurück zu Windows. Wir sind wieder disconnected. Also wir sind nicht mehr verbunden mit dem Access Point. Und jetzt nehmen wir uns das Internet Connection Sharing unter Windows vor. Ich verbinde mich jetzt unter Windows mit MPVX Mobil. So, ich bin verbunden. Danach könnte ich jetzt entweder Rechtsklick für alle diejenigen, die Windows 8 und 8.1 haben. Einfach mit Rechtsklick unter Netzwerkverbindungen klicken. Dann kommen wir nämlich zu diesem Fenster hier. Oh, ein bisschen groß. So. Und alle diejenigen, die jetzt XP, Vista oder Windows 7 haben, die machen folgendes. Start, Systemsteuerung, Netzwerk- und Freigabecenter. Und danach Adapter-Einstellungen ändern. Und dann werden wir genau beim selben Fenster. So, das kann ich schließen, das kann ich auch schließen. Und jetzt gehe ich auf meine Verbindung, wo ich das Internet beziehe. Einmal rauf. Dann Rechtsklick, Eigenschaften. Dann Freigabe. Und anderen Benutzern im Netzwerk gestanden, diese Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden. Einmal draufklicken und dann hier. Heimnetzwerk-Verbindung. Einmal raufklicken in die Liste. Und dann Ethernet auswählen. Beziehungsweise damit mit dem Netzwerk oder mit der Karte, mit der ihr mit der WiFi-Pineapple verbunden seid. Bei mir ist es in dem Fall Ethernet. So, alles ausgewählt. Wenn es bei euch lokal Area Network heißt, dann nehmt ihr natürlich das. Wenn es bei euch Netzwerk-Verbindung ist, dann nehmt ihr das. Also immer das Netzwerk, womit ihr wirklich mit der Pineapple verbunden seid. So. Dann auf OK. Wir verwenden jetzt gemeinsam genutzte Internetverbindung und haben jetzt bei Ethernet den folgenden Status. Nicht identifiziertes Netzwerk. Da machen wir jetzt einmal Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Scrollen runter zu Internetprotokoll Version 4, Eigenschaften. Und dann sehen wir hier IP-Adresse 122.168.127.1. Könnte bei euch auch anders sein. Und das ändern wir jetzt erstmal. Wir geben ein 172.16.42. Bevorzugter DNS-Server habe ich jetzt hier schon eingetragen. Und zwar 8.8.8.8. Das ist der Google DNS-Server. So. Habt ihr alle Informationen, so wie ich, klickt ihr einfach auf OK. Dann auf Schließen. Dann geht ihr zurück zur Wifi-Pineapple. Dann Network-Info. Jetzt sehen wir hier Default-Route. Also wir haben jetzt auch weiterhin eine Verbindung zur Wifi-Pineapple, da wir die IP-Adresse ja wieder so eingerichtet haben, dass wir wieder auf die Pineapple zugreifen können. Hätten wir die IP-Adresse nicht verändert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Netzwerkzugriff auf die Wifi-Pineapple kriegen, nicht gerade sehr hoch. Denn das dominierende Netzwerk ist ja das, wo eine Internetverbindung auch besteht. Und das ist in dem Fall mein Handy. Und bei euch wahrscheinlich ein Router oder irgendwas anderes dergleichen. So. Hier steht jetzt einmal die IP-Adresse, mit der die wir eingerichtet haben. In meinem Fall 172.16.42.42. Dann einmal auf Update-Route klicken. Hier steht jetzt auch Route Changes Successfully. Und dann Restart DNS zur Sicherheit. So. Habt ihr das gemacht, können wir das hier eigentlich auch wieder schließen. Jetzt müssen wir weiterhin eine Internetverbindung haben. Da es hier jetzt unlogisch wäre, das jetzt zu machen, denn wir haben ja eh eine Internetverbindung über Wifi, nehmen wir uns zum Beispiel Kali Linux. Und gucken einfach mal, ob wir wirklich eine Internetverbindung haben. Und es sieht auch ganz gut aus. Und wir haben eine Internetverbindung. Also kein Problem. Internetverbindung über das Internet Connection Sharing erfolgreich. Die Pineapple hat Internet. Das können wir auch nochmal auf der Pineapple prüfen. Indem wir auf Pineapple Bar klicken. Dann können wir einfach sagen, Pineapple Bar A-Wabel. Warten wir ein bisschen. Und hier haben wir jetzt die User Infusions. Und halt noch die System Infusions. Bedeutet also, der hat die Liste geladen aus dem Internet und alles wunderbar funktioniert. So. Das Ganze können wir natürlich jetzt hier unter Internet IP, wenn wir jetzt hier auf Show klicken, zeigt er eure öffentliche IP-Adresse. Ich klicke jetzt hier nicht drauf. Sicherheitsgründe versteht sich von selbst. Ich bin auch sehr penibel. Aber das könnt ihr gerne bei euch machen, falls ihr die Pineapple besitzt. Wer keine Pineapple besitzt, der kann es ja wohl schlecht machen. Und ja, soviel dazu. So, jetzt kommen wir zum USB-Tethering. Das ist nochmal eine Ebene anders. Aber auch ganz leicht. Keine Sorgen. Hier mache ich jetzt erstmal wieder den Haken weg. Freigabe. Nicht mehr sharen. So ist nicht mehr gemeinsam genutzte Internetverbindung. Und jetzt trenne ich mich von dem Netzwerk. Denn jetzt kommt mein Handy zum Einsatz. Hotspot deaktiviere ich. Jetzt haben wir auch keine Internetverbindung. Also ich könnte jetzt eben so gut Webbrowser wieder Google eingeben. Da würde keine Information mehr geben. Also keine Verbindung mehr. Versteht sich von selbst. Da muss ich nicht extra noch Linux öffnen. Das ist klar. Und jetzt kommt, wie gesagt, USB-Tethering. Da zeige ich gleich mal, wie das zustande kommt. Bei meinem Handy. Ups. Mach ich mal jetzt weg. Muss ich mal eben schließen. Wenn das auch alles geht. So. Hier habe ich einmal meinen netten USB-Anschluss von meinem Handy. Von meinem Note 3. Das schließe ich hier einfach an. Sehen wir auch schon bei Note 3. So. Hier ein kurzes Bild. Und dann gehen wir, wenn ihr im Menü seid, auf Einstellungen. Bei mir jedenfalls so. Dann müsst ihr suchen nach Tethering und mobiler Hotspot. Aufklicken. Und dann steht da hoffentlich bei euch USB-Tethering. Da klickt ihr einmal rauf. Und jetzt lege ich das Handy einfach mal daneben. Jetzt gehe ich zurück zur WiFi-Pineapple-Management. Und klicke hier dann auf Network. Jetzt sind wir hier Network-Info. Da hätten wir jetzt USB-0. Init-Adress. Und da haben wir Broadcast. Also das ist jetzt die Adresse. Die interne Adresse von der WiFi-Pineapple. Und natürlich Broadcast-Adress. Und die Maske. Ja, hier haben wir natürlich noch nie Informationen von WLAN-0 und WLAN-1. Aber Internet beziehen wir. Hier steht ja auch Default. Und dann haben wir hier das Gateway einmal. Und hier steht auch nochmal welches Interface. Und das ist in dem Fall USB-0. Darüber beziehen wir Internet. Und das können wir hier auch einfach prüfen. Ich gebe jetzt hier. Ja, ich kann jetzt hier mal auf F5. Einmal ein Refresh machen. Aktualisieren. Internetverbindung besteht. Unter Linux genau dasselbe. Kann ich jetzt auch nochmal eben kurz aktualisieren. Moment. Na, ist manchmal ein bisschen widerspenstig. Aber ich drücke auch hier mal F5. Na, jetzt geht's. Und warten wir mal, bis er mit dem LAN fertig ist. Na komm. Okay, Fakt ist, wir haben Internet. Da ist, da brauchen wir nichts mehr dran rütteln. Internet ist da, nur, ja, Ladevorgang ist jetzt auch beendet. Alles wunderbar, funktioniert so, wie es funktionieren soll. Und, ja, soweit wäre es das eigentlich auch schon. Ich habe alles mögliche jetzt erstmal erklärt. Zum Internet Connection Sharing unter Windows. USB Tethering unter Android Geräten. Je nachdem, wenn diese Funktion halt verfügbar ist. Und natürlich der Client Mode, der Wi-Fi Pineapple. Wenn man unterwegs ist, ist dieser Client Mode auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn man zum Beispiel irgendwo einen offenen WLAN Punkt hat, kann man einfach sagen, okay, Pineapple, connecte dich damit. Und, ja, dann ist halt alles super. Ihr wisst es ja, also, ich würde euch ja gerne noch mehr erzählen, aber, ähm, ich denke mal, ihr habt es soweit alles hoffentlich verstanden. Und ich denke mal, dass ihr von selbst jetzt auch weiterkommt. Ja, dann verabschiede ich mich einmal mal von euch, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut raus!